geht es jetzt hier aufwärts was sind die anderen busse der ist auch der ist als einziger im minus naja gut das ist dann in ordnung jetzt darum das ist auch einiges was los die fangen aber auch nie an jetzt irgendwie rum zu bauen wohl will wahrscheinlich niemand neben bahnhof wohnen so wie das hier aussieht können wir beschleunigen jetzt einfach ein bisschen ich glaube auch das größere depot das brauchen wir um dann die neuen züge auch zu bekommen dieses steine auf exzellent sehr gut dort ist auch genug da gibt es noch ein holzlabor irgendwas gut das aber fehlt halt glas das könnte man eigentlich mal machen dann noch wir wollen jetzt erstmal bis das steinzeug hier fertig ist so steinverarbeitung haben wir jetzt das heißt wir können jetzt auch ziegel und kies produzieren im brecher dann kann der ja noch das andere schnell machen nämlich gleise 2 zack dann geht das schlag auf schlag diesem mit diesem uran mod hier das sehe ich noch nicht so richtig das funktioniert oder das kommt oder das kommt nur sehr selten weil da gibt es ja da gibt es eine industrie scheinfeld wir jetzt holzträger mit oranium mining also so holzträger für scheinfeld kann das hier in der reichweite haben natürlich wieder nicht weil ach so kann ja da müssen wir noch weiter vorne hinbauen okay was kann man zog da gerade an ja du bist verwirrt das kann ich mir gut vorstellen wenn ich das so mache dann hat die möbel dort oben trotzdem mit drin so es ist da doch jetzt ein güterbahnhof ich dachte schon ich hätte da aus Versehen jetzt ein Passagierbahnhof gebaut ach so kommt natürlich jetzt auch darauf an wo die die träger haben wollen ist das jetzt innerhalb der reichweite von dem bahnhof ist das euer ernst muss ich den bahnhof vielleicht auch noch umbauen oder wie die müssen sie es transferieren müssen sie es transferieren müssen sie es transferieren na komm schon du Gleis ich mache das gerne hier gleiche höher einfach aus optischen gründen so straßen 2 werden fertig das ist schön ich mache das jetzt hier auch wieder hier dran dran pappen und fertig ach so kann ich eigentlich gleich schon so machen den hier wegnehmen den wegnehmen ach der hört wieder bei weichen auf hier so ok so ach so die neuen brücken haben wir jetzt noch nicht ne die sind ja erstmal nur bei den straßen gekommen was ich immer verwirrt ich will immer hier zum planieren äh zum terraforming auf diese rau äh äh dingens ne gehen in wirklichheit ist es dort wo der wo der wo der baum ist das irritiert immer ein bisschen oh hier wird das jetzt natürlich ein bisschen kritisch wegen der brücke das werden hier wahrscheinlich ein tunnel werden müssen zum ausgleich kommt das überhaupt hin oh ne das passt ja gar nicht oh da müssen wir halt hier einen kleinen schlenker machen den wir vielleicht schon hier vorne irgendwo wo warte mal ich glaube das passt vom abstand nicht sinnvoll ne so muss es glaube ich sein sieht furchtbar aus oh ne warte mal geht da nicht noch einer dazwischen so hier kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du kriegst du das bus nicht gebaut so und ich reiße es wieder weg eh oh jetzt ne quatsch das war dumm warum reißt eigentlich das signal dann hier wieder weg so mal gucken wie weit die signale gehen natürlich wieder hier hinten und durch den tunnel geht natürlich wieder nicht da wäre es schön wenn das da irgendwie mal aber hier aber die brücke ne das geht natürlich wieder im tunnel so ach so das depot Das baue ich auch jetzt wieder in dem Stil. So, eine Mikado. Dann die Rungenwagen dran. Natürlich werden wir mitten im Speichern hier gebaut. 113, wieviel hat denn der? 125, das heißt eigentlich kann man noch dranhängen. Achso, Moment. Bitte auf, zack. Lade voll. Entladen. Zack, und dann müssen wir es auch noch in den Lager tun, also in den Lager bauen. Gleich mal das große, stellen wir das hin, hier. Ja, das ist ja auch ein bisschen sinnlos, weil einfach bloß hier das kleine Stück dort lang, naja. Achso, Güter Terminal 2, was bringt mir das? So, hat die größte Reichweite. Ja, Moment, werden wir dann vielleicht Eisenbahn 2 haben, vielleicht. Ach nee, Moment, gibt es das überhaupt? Bahnhof 2. Vielleicht passt es ja auch mit der Reichweite. Aber ich brauche das trotzdem erstmal so. Reichweite 100 Meter, na gut, das ist natürlich... auch nicht schlecht. Bauen wir gleich mal, dann lassen wir einfach mal so ein LKW... mal eine Runde drehen. Da einfach bloß das Zeug... dahin bringt. Zwei reichen da vielleicht. Stimmt, wenn denn die Bahnhöfe eine größere Reichweite... Vielleicht geht das ja dann wirklich, dass... das so passt.